hallo morgen Leute Prozent diesmal ein etwas anderes Video und zwar nur ganz ganz kurz ich habe herausgefunden dass sie mit meiner PS4 Prozent direkt ohne Computer Unterstützung Prozent auf Twitch live streamen kann und ich habe auch herausgefunden wie also ich werde jetzt ab wie spät haben wir es ja ab viertel vor zehn also 21 über 45 heute am 22.08.2014 live stream auf Twitch und seid da nicht so hart zu mir es wird experimentell dass mein erster Livestream dann ja also vielen dank fürs zuhören euer Barmfahn und übrigens der gameplay ist nicht absichtlich so kacke ich fahre jetzt einfach hier nur um die Gegend herum um jetzt schnell irgendwas im Hintergrund zu haben während ich erzähle okay tschau wir kommen wir kommen die 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 Untertitelung des ZDF, 2020